Kapitel 2 Übung A31 Hören Sie den Dialog Hallo Sonja, wollen wir heute ins Kino gehen? Ins Kino? Was für ein Film läuft denn im Kino? Es läuft ein neuer Krimi, Der Mörder von Baden-Baden. Oh, ein neuer Krimi von Edgar Grusel. Der Film interessiert mich. Dann treffen wir uns 20 Uhr vor dem Kino. 20 Uhr schon? Wie spät ist es jetzt? Es ist 19 Uhr. Du hast noch eine Stunde Zeit. Eine Stunde ist zu wenig. Ich muss mich noch duschen, föhnen und schminken. Und ich muss mich auch noch umziehen. Ich muss mich auch noch umziehen. Das dauert aber keine Stunde. Männer ziehen sich schneller um als Frauen. Aber gut, ich beeile mich. Ich freue mich schon auf den Film. Ich mich auch. Bis dann. Ja, tschüss. Bis dann.